hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge dismantle so waren wir da überall drin ich hoffe ja so in dem da waren wir nicht drinnen warum nicht so die kommen ja nie wieder kaffeehaus oder so ja plündern ich nehme die machete geht die schneller ok wir drehen mal so alles mal hier mitnehmen da kommen sowieso keine gäste mehr her zumindest keine lebenden die griechischen die manchmal hier verteilt werden die sind schon heftig auch so wir brauchen jetzt 32 und mit der rechtsstange können wir gleich testen 28 wahnsinn oder die machete ist halt schneller so und es geht um optik und geschwindigkeit wieder noch da geht der spuker da geht der spuker so wir schauen dann weil hier muss ja eine küche existieren ich glaube auch ich habe hier eine gesehen da hinten ist einer so gehen wir mal raus und bringen das zeug zurück so super wie viel wie viel ob wir da gleich wieder upgraden können ach das wäre auch super hallo hallo ah die küche so was haben wir da ach ja so eigentlich werden wir die machete mehr angebracht denke ich mal so ja wir nehmen die machete so die küche muss weg die küche muss weg so so das ding da so so warum nicht this is an automated recording sent from k23 the crown station wieso 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 soll man die machusen just in case alles removed ja unfähnen leute ihr so so kann ich jetzt hier am lagerfeuer eigentlich kochen ich würde jetzt gerne hier kochen kann ich kochen guck guck wir können kochen das geht nicht irgendwas hat er gesagt kann ich jetzt kochen wie wäre es damit nö zehn potatoes haben wir nicht sechs zwiebel haben wir nicht hier ein wenig fleisch haben wir nicht eggs and bacon oh wie cool das wollen wir haben so sechs eier und vier mal bacon hier habe ich mal hart verdient da haben wir echt viel echt viel gejagt dafür oh ja so super ah schön so weiter geht's da 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 waren wir ja auch noch nicht drin da müssen wir nein it's blocked it's blocked da it's blocked so ich hätte gerne die tatsächlich die machete einfach weil sie wirklich schneller ist ein telefon das ist super der kabel das ist toll so der sessel steht sowieso nur falsch hier so wunderbar zubehör zum kochen herrlich so die kasten da oben müssen natürlich 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 auch weg so das heißt das hier ist das aber im unfinished house waren wir oder hier ich denke schon ich denke ja ich denke ja ich denke ja so jetzt haben wir auch blätter gleich genug jetzt blockt alles ständig blockt alles moment da liegt der dicke noch so super dann schauen wir da mal rein so hier oben haben wir einfach wilde zerstörung ja wir lassen unseren ganzen zorn ja vielleicht so super der sound dazu so dann mal hier super gut im barren oh wie schön so die eine karotte ja die hätten wir weggeben können aber warum so ich brauche mein messerchen so da war der park oder? genau da ist der park der park, der park, der park, der park, der park so so aber bevor wir zum park gehen holen wir uns hier die ressourcen ressourcen, ressourcen super das ist wie schon für gerichtet gerichtet zu essen oh noch drei gummies dann können wir den baseballschläger nochmal aufwerten das wird aber schon gut dann so schauen wir mal oh ein fernseher oh ein fernseher ja da war der dicke der wollte alleine fernsehen das bild muss weg so die ist ja blockt genau so einmal noch abgeben ich freue mich total schauen wir mal vielleicht können wir den das würde ich gerne testen nein das ist immer falsch das ist immer doch falsch so dann haben wir immerhin ich würde mal sagen greyhaven komplett gelootet so der nächste schritt wäre dann dass wir doch versuchen hier das tor zu öffnen dass wir über die straße nach oben kommen oder in diesen shelter hinein ja das wäre vielleicht auch eine witzige sache so dann mal hier gehen wir da noch rein ich komme einmal noch die zwei couch sessel dinger würde ich gerne zerlegen wegen fabric in der hoffnung wir können fabric irgendwann mal gegen fälle eintauschen ich fürchte allerdings das wird nichts mehr so da ist noch metall das wollen wir das wollen wir so ja natürlich natürlich das brauchen wir so alles mitgenommen alles gut bam so sehr schön so jetzt gehen wir mal rauf richtung tor ist das die straße ich weiß es nicht es ist die straße es ist die straße die die wieso stehst du da so aber nicht mehr lange da kommt man nicht vorbei so hier kommt man vom unfinished house sag mal da waren wir ja gar nicht so ich nehme da genau das dann immer so weil es auch schneller geht ja so und da hätte ich gerne die mach hier oh ja jetzt können wir die großen reifen auch oh ja nur noch ein gummi nur noch ein gummi dann wird der baseball schon hier aufgerettet oh wie cool so moment wo sind wir genau wir bringen das noch mal zurück ja das mit dem shelter da lässt mir aber schon irgendwie auch keine ruhe so ja wir bringen eisdruck greyhaven ich komme alles mal zurück so und jetzt probieren wir das noch mal also straße senkrecht nach oben auf zum tor da gibt es doch einer da gibt es doch einer so nein okay so sind wir da jetzt richtig so hier und da muss ich wieder rauf human chaser hi verdammt jetzt waren wir dort und haben den Weltverschläger nicht aufgewertet naja beim nächsten mal vor lauter aufregung vergessen so sind wir schon da sind wir bald da sind wir bald da naja ein bisschen noch hallo so schade dass wir da nicht diese Deadly Transmission haben ach da sind aber echt viele auch so und ein human chaser ist da auch noch hallo so wir laufen dann mal nach unten ohne human chaser im optimal Fall so 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 jetzt haben wir da zumindest einige schon weggemacht erneuter Angriff aufs Tor 143 ja glaube ich nicht glaube ich nicht so super so ist da jetzt nur noch dieser human chaser hier hallo hi au so 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 alle weg vom Tor oder ja das ist gut ich glaube da hinten habe ich noch einen gesehen da zwei waren es oh drei waren es vier waren es so viele ja das sind die Verwandten vom ehemaligen das ehemaligen Treffen hier so ich weiß da hat mir jetzt relativ wenig gesehen aber ich habe sie getötet wie auch immer so so ich glaube so schau alle weg alle weg vom Tor super so die Frage jetzt wie komme ich da wieder rein wir bräuchten jetzt so genau da müssen wir hier Evans Farmhouse da rein porten ist das die Richtung ich brauche nur mal die grobe Richtung laufen wir mal laufen wir mal dann werden wir schon sehen das müsste Evans Farmhouse sein genau so da liegt er leicht da liegt er leicht so da kommen wir zu einer Straße so die Construction Site ja das Loch am Boden so aber hier so und jetzt hier rein so fast travel und zwar hier rein jetzt bin ich echt gespannt was jetzt geschieht so welche Richtung war das genau in die Richtung gut ja 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 komm niemand hat auf dich gewartet so hallo au so 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 Population 143 ich weiß jetzt haben wir alle weggemacht alle 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 weggemacht am Westgate so und jetzt schauen wir mal ich weiß Baseballschläger ich weiß ich weiß ich weiß ich möchte aber nicht alle respawnen lassen deswegen so so open Westgate oh mein Gott endlich final es ist offen dun 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 ich hätte so gern so gern ja 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 aber es fehlen uns diese blauen Orbs 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 immerhin so und wir werden jetzt gleich mal äh genau upgraden so upgrade hier die Gear auf 36 bam ähm da brauchen wir jetzt echt viel Iron so wir schauen mal also wenn wir haben den da und wir schlagen hier 36 wenn wir haben den da 28 und den da 30 Wahnsinn oder so das heißt wir werden andere Ausrüstung wählen nämlich weg mit Brecheisen hier kommt hier Machete auf Platz 2 der Baseballschläger auf Platz 3 äh die Schaufel dun 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 so super so äh was haben wir noch Quests ja Map Collection Collection yeah nö Creatures hier was Points of Interest oh was wir alle schon gemacht haben ziemlich viel Grün finde ich finde ich jetzt so okay mhm zwölf haben schon getötet der X-Wolf dear vier mehr unmöglich unmöglich so meine Lieben das war es aber auch für die heutige Folge ich bedanke mich fürs dabei sein wir sehen uns wieder in der nächsten Folge bis dann tschüss 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 Vielen Dank.